ich glaube vier gleise sollten erst mal reichen 1 ja ja wird reichen doch wir müssen mit dem gleis hier raus das passt mal gucken hier hätten wir 269 machen einfach mal 200 so würde mal sagen da wumms dann wäre die zweite schnellfahrstrecke auch schon fertig hier machen wir mal ausfahrt mit 120 ja das ist sehr schön hier ist ab hier wird es weniger das heißt ich führe es noch einmal hierhin ich habe doch jetzt das rechte gleis oder jawohl wo ich führe es hierhin nur hier einmal so oder machen wir hier so auch mal so jetzt müssen wir hier rüber kommen irgendwie so wäre es mir lieb dann könnten wir hier noch so außenrum dafür muss aber erst mal die brücke weichen also ja gut ich bringe sie mir hier am stück und ich ziehe erstmal das zweite gleis nach was sind das jetzt ja von mir aus von mir aus wunderbar und was machen wir hier für eine brücke ich würde sagen diese hier oder diese ich würde fast schon sagen diese hier halt wo sind wir hier so jetzt hier an hier geht nicht hey die haben da wieder hingebaut hier warum ruckelt die aufnahme hier ach da ist auch eine brücke weg ok das ist auch eine brücke weg ok das sieht gar nicht mal so schlecht aus dafür muss aber hier wieder die komplette straße weg hey hallo ja immer noch nicht nehmen wir hier diese und hier diese wunderbar zweite gleich mitziehen jawohl sag und zack jawohl sehr schön müssen wir hier erstmal begradigen ich mache jetzt hier einfach mal 800 der kurve und wir müssen hier auf das äußere das heißt ich mache hier einfach mal eine 100 hier genauso und hoffe hier jetzt auf eine gute nochmal neu nochmal eigentlich müsste ich so machen und das gleich dann so rein führen können wir auch machen 100 so sieht auch nicht schlecht aus wir könnten sogar sagen moment wir könnten sogar sagen genau einmal hier rüber so und dann zack zack dann ist die industrie da hinten auch angeschlossen wenn wir hier noch eine kleine straße sehen die dann vielleicht ein paar häuschen hier dann noch an den schienen bauen so schnell auf die zeit schauen ok warum warum ruckelt das so kann mir das jemand verraten jetzt geht das nicht okay ich du hast hier mit probleme ja dann schüttet es doch auf Aber nur mit Mühe und Not sage ich euch. So, und dann richten wir hier noch schnell die Linie ein. Dann müssen wir noch Signale setzen. Okay, Leute, ich weiß nicht, warum die Aufnahme so am lecken ist. Oder? Also, ich hoffe, das ist bei euch nicht so. Ansonsten tut es mir recht herzlich leid. Ich weiß nicht, an was das liegt. Ich habe eigentlich die Einstellungen so wie immer. Komisch. Ich weiß nicht, wie auch immer die Einstellungen ist. Ich weiß nicht, wie auch immer so wie immer die Einstellungen Ich weiß nicht, wie auch immer die Einstellungen Ah, aha. Sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Ja, aber wie gesagt, keine Ahnung, an was diese Ruckler, oder woran, warum sie es hier so ruck hält. Ich hoffe, wie gesagt, ich hoffe nicht, dass es bei der Aufnahme dabei ist, ansonsten, ja gut, ich kann ja nicht sagen, ich werde es raus machen, weil Ruckler kann man nicht raus machen. Das ist ja scheiße, warum ruckelt das denn jetzt? Na ja, aber dann werden wir nächstes Mal die Linie einrichten und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.